Ja, heute geht es um das Thema Updates. Es ist wichtig, dass Systeme immer auf dem neuesten Stand sind. Cardsicherheitsupdates sind wichtig, dass das System vielleicht nicht angreifbar ist, dass es stabil läuft, dass keine Fehler entstehen. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal ist es, vielleicht sind die Programme so eingestellt, dass das von selbst funktioniert, dass sie automatisch Updates machen oder vielleicht muss man da auch nachhelfen und die Updates dann entsprechend manuell entweder installieren oder entsprechend anstoßen. Fangen wir erst mal mit dem Windows Update an. Wenn wir hier auf Start alle Programme gehen, hier sieht man zum Beispiel schon, da ist ein Update schon fertig, heruntergeladen, installiert und erfordert einen Neustart. Wir schauen uns aber jetzt einfach mal an, wenn wir hier auf Start alle Programme gehen, dann finden wir hier zum Beispiel Update und dann sieht man hier schon, ein wichtiges Update ist verfügbar, optionale Updates und hier kann man dann sagen, Updates installieren. Klicken wir mal drauf und dann lassen wir das arbeiten. Es ginge aber auch anders. Ich könnte hier auch Update schreiben und dann halte ich hier nochmal das Windows Update, das wir gerade gesehen haben. Ich sehe hier aber auch noch andere Dinge. Update, auf Updates prüfen, hier diese Java-Konsole. Hier steht schon ein Häkchen drin, automatisch nach Update suchen und dann kann man hier jetzt mal nachschauen, ob das auch wirklich auf dem neuesten Stand ist. Das ist hier bereits geschehen und dann kann man hier das entsprechend wieder schließen. Ja, ganz wichtig wäre dann auch der Virenscanner. Hier gibt es auch irgendwo ein Feld mit Update, wobei der macht das eigentlich immer eigenständig. So, jetzt wollen die neu starten, das machen wir allerdings noch nicht. Wir sagen hier mal Update und hier kann man nochmal einen manuellen Start machen für ein Update. Man sieht hier schon, hier werden Updates runtergeladen, aber in der Regel macht er das automatisch im Hintergrund. Hier muss man eigentlich nicht weiter eingreifen. Aber einfach mal entsprechend immer nachschauen. In dem Programm ist es hier so, dass wenn die Updates nicht up-to-date wären, dass dann hier dieser grüne Bereich rot erscheint. Ja, auch im Office gibt es das. Also hier haben wir die normale Oberfläche, dann auf Datei, Hilfe, dann kann man hier sagen, auf Updates überprüfen. Und dann geht ein Fenster auf und der gibt uns den Hinweis, das funktioniert hier alles unter den Windows-Updates. Also das System Office scheint auf dem neuesten Stand zu sein. Wir haben jetzt LibreOffice, wobei es dann egal ist, in welchem Programmteil, hier unter Hilfe und auf Updates überprüfen. Hier kommen wir auch entsprechend zu unseren Updates. Dieses Programm hier ist auf dem neuesten Stand, können wir also auch schließen. Dann habe ich hier noch ein Thunderbird. Hier muss man, das ist jetzt leider außerhalb vom Bild, hier gibt es praktisch ein Button über Thunderbird. Und dann kommt man zu diesem Fenster hier und dann sagt man, nach Updates suchen. Und da werden auch wirklich welche gefunden und dann heißt es, neu starten und dann erst werden diese Updates aktiv. Ja, wir haben hier noch ein weiteres Programm, ein Videoschnittprogramm. Hier unter Hilfe findet man meist auch die Update-Funktion. Wo haben wir es denn hier? Online aktualisieren heißt es hier. Wenn ich hier drauf klicke, dann wird auch mit dem Surfer von Magix Kontakt aufgenommen. Und so wie es aussieht, gibt es hier gerade keine Updates. Ah, doch. Ne, doch nicht. Okay. So, bei dem Windows-Update, ach, das Programm ist beschäftigt. Man macht es wohl gerade im Hintergrund Updates. Was ist hier? Das ist Werbung. Ne, war nicht der Fall. So, jetzt bleibt noch eins übrig. Das herunterfahren. Hier wird auch nochmal der Thunderbird gestartet mit den aktiven neuen Updates. Können wir also auch schließen. Und hier gehe ich nochmal bei Updates rein. Und hier wartet schon der Computer, dass er neu starten darf. Und ja, das machen wir jetzt.